Die Zweifel bezüglich der Anzahl der Raka'at Wer zwischen der zweiten und der dritten Raka'at zweifelt, nachdem er in der zweiten Niederwerfung ist, sei es nur, dass seine Stirn den Boden berührt hat, der geht danach, dass er in der dritten ist und betet zu Ende. Danach macht er eine Raka'at aus Vorsichtsmaßnahme. Und genauso gehen die Urteile bezüglich der Zweifel weiter, nämlich der Zweifel zwischen der dritten und vierten Raka'at. Er geht danach, dass er in der vierten ist und betet eine Raka'at aus Vorsichtsmaßnahme oder eben zwei im Sitzen. Zwischen der zweiten und der vierten Raka'at, dann betet man zwei Raka'at aus Vorsichtsmaßnahmen und so weiter. Das heißt, man geht immer danach, was theoretisch möglich sein könnte, was man im Gebet verpasst und holt diese nach. Und genauso auch bezüglich der Zweifel bezüglich der vierten und der fünften Raka'at. Auch in diesem Fall haben wir in der letzten Folge ausführlich darüber gesprochen, was man dann macht. Oder aber der Zweifel zwischen der dritten und fünften Raka'at. Der dritten, vierten und fünften Raka'at. Oder aber der fünften und sechsten Raka'at. Also vom Prinzip her ist es immer alles gleich und kehrt auf die vorigen Fälle zurück. Hier sagt aber Sejdi Sistani, Hafezallah, und es ist eine Vorsichtsmaßnahme für die letzten vier Fälle, wo er sich vom Stehen wieder hinsetzt, dass er die zwei Niederwerfungen des Vergessens macht, also Sejdatay As-Sahu, dafür, dass er sein Stehen abgebrochen hat. Nämlich, wir haben gesagt, wenn jemand zweifelt, ob er in der vierten oder fünften Raka'at ist und er steht gerade im Gebet, dann muss er ja sein Stehen abbrechen und sich hinsetzen. Für dieses Stehen und sich dann wieder hinsetzen, macht er die Sejdatay As-Sahu, also die zwei Niederwerfungen des Vergessens. Und wir haben auch in der letzten Folge kurz beschrieben, wie das geht, nämlich indem er direkt vom Gebet fertig ist, ohne irgendwas zu machen. Also er ist direkt vom Gebet fertig, macht direkt die Absicht für Sejdatay As-Sahu und geht in die Niederwerfung. Er kann sagen, Bismillah wa billah, Assalamu alaika ayyuhun nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kann er sagen, muss er nicht. Und setzt sich wieder hin, geht in die zweite Niederwerfung, setzt sich hin, macht den normalen Tashahud. Und dann den kurzen Salam, nur Assalamu alaikum. Und dann ist der Sejdatay As-Sahu beendet. Bezüglich der Anzahl der Raka'at folgt man der Vermutung, sei es ein verpflichtendes Gebet oder ein Nafila-Gebet. Das heißt, wir gehen immer nach der Vermutung. Wenn eine Vermutung vorhanden ist, dann macht man nicht die Urteile bezüglich der Zweifel, sondern man geht nach der Vermutung. Es gibt Zweifel, die man ohne Probleme ignorieren kann und die keinerlei Einfluss auf das Gebet selbst haben. Das heißt, es gibt manche Zweifel, die ich im Gebet haben kann, die aber keinerlei Einfluss auf das Gebet haben. Die mein Gebet nicht ungültig machen und die ich auch nicht wieder korrigieren muss. Was sind das beispielsweise für Zweifel? Zum einen, wenn der Zweifel nach der eigentlichen Tat auftritt. Ich habe eine Tat schon gemacht, sie ist schon beendet und danach habe ich Zweifel darüber. Hier ist es so, diese Zweifel kann ich ignorieren und sie haben keinerlei Einfluss auf das Gebet oder auf den jeweiligen Bestandteil. Wenn der Zweifel auftritt, sobald die Zeit vorüber ist, auch darüber haben wir gesprochen, beispielsweise ich weiß nicht mehr, ob ich das Mittags- und Nachmittagsgebet verrichtet habe und es ist jetzt dunkel. Die Zeit des Mittags- und Nachmittagsgebet ist schon vorbei. Und ich zweifle, habe ich das Mittags- und Nachmittagsgebet in der Zeit verrichtet oder nicht? Weil die Zeit schon vorüber ist, kann ich davon ausgehen, dass das Gebet verrichtet wurde. Und diese Zweifel führen also dazu, dass das Gebet jetzt nicht wiederholt werden muss. Wenn man die nächste Säule des Gebets betreten hat und Zweifel über die vorige Tat hat, ja auch da hatten wir ein Beispiel gemacht, beispielsweise ich lese, ich mache die Absicht, mache Taqbiratul-Ihram, lese Surat al-Fatihah und dann gehe ich aus Nachlässigkeit, aus Vergesslichkeit, nicht absichtlich, gehe ich in die Verbeugung, in den Rukur, in die Verbeugung. Und dann habe ich Zweifel, Moment mal, habe ich jetzt die vorige Sura rezitiert oder nicht nach der Fatiha? Habe ich eine zweite Sura rezitiert oder nicht? Ich habe Zweifel darüber, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ich es gemacht habe, es kann sein, dass ich es nicht gemacht habe. 50% jeweils. Hier führt dieser Zweifel ebenfalls dazu, dass das Gebet gültig bleibt. Ich muss nichts wiederholen, weil ich schon die nächste Säule betreten habe und das ist nämlich die Verbeugung. Wir haben gesagt, Rukur, die Verbeugung ist eine Säule im Gebet. Und daher nochmal verstehen wir, wieso wir so sehr auf diese Punkte beharrt haben, nämlich Säule des Gebets und keine Säule des Gebets, weil man es genau für solche Aspekte braucht. Und Zweifel, die man weiterhin ignorieren kann, sind die von den Personen, die als Kefirushek bezeichnet werden. Also eine Personengruppe, die besonders viel Zweifel hegt. Und da möchten wir verschiedene Punkte erörtern. Zum einen, wenn er zweifelt, ob er eine verpflichtende Tat gemacht hat oder nicht, der baut darauf auf, dass er sie verrichtet hat. Ganz einfaches Beispiel. Er weiß nicht, ob er diese Tat gemacht hat oder nicht. Er geht davon aus, dass er sie gemacht hat. Wenn er zweifelt, ob er eine oder zwei Niederwerfungen gemacht hat, der baut darauf auf, dass er zwei gemacht hat. Auch hier kommt es öfters vor, dass jemand zweifelt, habe ich jetzt eine Säule gemacht oder zwei Säule hat? Habe ich eine Niederwerfung gemacht oder zwei Niederwerfungen? Ich gehe dann davon aus, dass ich zwei gemacht habe. Also für denjenigen, der als Kefirushek bezeichnet wird. Wenn er zweifelt, ob er etwas getan hat, was das Gebet ungültig macht, so geht er davon aus, dass er es nicht getan hat. Auch das ist eine ganz eindeutige Sache. Wenn er viel zweifelt beim Morgengebet, ob er in der zweiten oder dritten Rakaat ist, der baut darauf auf, dass er in der zweiten ist und betet zu Ende und alles ist in Ordnung. Jetzt mag man sich fragen, Moment mal, wir haben doch gesagt, beim Morgengebet, wenn Zweifel bezüglich der Anzahl der Rakaat auftauchen, haben wir doch gesagt, dass das Gebet ungültig ist. Ja, das stimmt auch. Bei Kefirushek, derjenige, der viel Zweifel hat, da haben wir eine andere Regel für ihn. Weil derjenige, der Kefirushek hat, der als Waswasi gilt, wenn er viel zweifelt auch, besonders beim Morgengebet, viel zweifelt, immer zweifelter, bin ich in der zweiten oder dritten Rakaat. Dann sagt Zayt Sistani, in diesem Fall, dann baut er darauf auf, dass er in der zweiten ist und betet das Gebet zu Ende und alles ist korrekt, er muss nichts wiederholen. Es ist kein Unterschied, ob das viele Zweifeln bezüglich der Anzahl der Rakaat auftaucht oder bezüglich den Teilen des Gebets selbst oder ihren Bedingungen. Also auch da gibt es keinerlei Unterschiede. Solange er als viel Zweifelnder gilt, treffen diese Urteile auf ihn zu. Das heißt, als Fazit oder als Zusammenfassung kann man sagen, dass die Zweifel derjenigen, der als Kefirushek bezeichnet wird, nicht beachtet wird und er geht davon aus, dass seine Taten korrekt sind. Das ist in Wirklichkeit eine Gnade und Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala möchte den Menschen nicht quälen, er möchte den Menschen nicht schwierige Sachen auferlegen. Derjenige, der viele Zweifel hat, der damit belastet wird, oder vor allem der Waswasi, der ist davon geplagt, von diesen Einflüssungen, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diesen Menschen wollen wir es erleichtern. Diese Menschen, bei bestimmten Regularien, haben sie ein bestimmtes Urteil und sie können davon ausgehen, dass ihre Taten korrekt sind und müssen es nicht wiederholen. Die Frage, die wir uns jetzt aber stellen, wann gilt jemals jemand als Kefirushek? Wann kann ich eine Person als Kefirushek bezeichnen? Jemand, der viel Schek, also viel Zweifel hat. Als Kefirushek gilt jemand, der verhältnismäßig viel Zweifel in den Gebeten hegt, gegenüber einem normalen Menschen, sodass man im Brauch von viel Zweifel sprechen würde. Konkret gilt, dass sobald alle drei Gebete mindestens eine anzweifelt, so gehört er zu den Kefirushek. Allgemein, wenn ich wissen will, ist diese Person, gehört er zu Kefirushek oder nicht, dann schaue ich mir an, wie oft er Zweifel hegt bezüglich den Gebeten. Wenn es unverhältnismäßig hoch ist, dass er zweifelt im Gebet, dann kann ich sagen, er ist ein Kefirushek. Oder aber, um es konkret zu sagen, dass sobald er in drei Gebeten mindestens einmal Shek hat, alle drei Gebete hat er mindestens einmal Shek, dann gilt er als Kefirushek und auf ihn treffen diese Urteile zu. Wenn jemand beispielsweise nur bezüglich eines Aspekts viel Zweifel hat, ja, manch einer hat mal über diesen Aspekt Zweifel, mal über den, dann über wieder einen anderen, aber es gibt manche Menschen, die nur bezüglich einem Punkt immer und immer wieder Zweifel haben. Wenn jemand beispielsweise nur bezüglich eines Aspekts viel Zweifel hat, wie beispielsweise die Anzahl der Raka'at, dann beachtet er diese Zweifel nicht. Auch das ist eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala, nämlich wenn ich bezüglich einem Punkt immer und immer wieder Zweifel habe, dann gilt auch für mich, dass diese Zweifel nicht beachtet werden müssen. Der andere Zweifel, wie beispielsweise, ob er die Verbeugung gemacht hat oder nicht, oder die Niederwerfung gemacht hat oder nicht, ist davon nicht betroffen und er muss danach gehen, sofern er nicht die nächste Säule schon betreten hat. Wenn der Imam der Gemeinschaft, jetzt kommen wir auch zu einigen Urteilen bezüglich des Scheck im Gemeinschaftsgebet, wenn der Imam der Gemeinschaft bezüglich der Anzahl der Raka'at zweifelt, die hinter ihm Betenden dies jedoch wissen, so darf er auf ihre Meinung aufbauen und umgekehrt, und er ignoriert seine Zweifel. Auch das ist vielleicht schon bei einigen vorgekommen. Man betet entweder selber als Vorbeter oder man betet hinter einem und der Imam der Gemeinschaft, Imam al-Jama'ah, hat Zweifel bekommen, ob er in dieser oder jener Raka'ah ist. In diesem Fall, wenn jemand, der hinter ihm steht, beispielsweise genau weiß, er ist in der zweiten Raka'ah oder er ist in der dritten Raka'ah, dann darf er auf seine Meinung zurückkehren und seine Zweifel dürfen ignoriert werden und genauso andersherum. Wenn ich jetzt als jemand, der ma'mum bin, also jemand, der hinter einem Vorbeter betet, in Salat al-Jama'ah, im Gemeinschaftsgebet, und ich selber weiß nicht mehr, ob ich in der zweiten oder dritten Raka'ah bin, dann darf ich auf die Meinung des Imams aufbauen, also des Vorbeters aufbauen, und gemäß ihm handeln und meine Zweifel dürfen vollkommen ignoriert werden. Ja, wie wir gesagt haben, genauso andersherum, wenn der Betende zweifelt, so darf er sich an den Imam der Gemeinschaft richten, und ignoriert seine Zweifel vollkommen und das Gebet ist korrekt und ohne Probleme. Es gibt hierbei keinen Unterschied zwischen dem Zweifel bezüglich der Raka'ah oder den Taten des Gebet. Was verstehen wir darunter? Auch hier ein kleines Beispiel. Wenn der Betende zweifelt, ob er die zweite Niederwerfung schon verrichtet hat oder nicht, so darf er sich an den Imam richten, der dies weiß und genauso umgekehrt. Das haben vielleicht manche schon erlebt, wenn der Betende zweifelt oder wenn der Imam zweifelt, beispielsweise der Imam setzt sich hin und will den Tashahud machen. Ist gerade dabei den Tashahud zu machen, aber die hinter ihm beten wissen genau, das war nur die erste Raka'ah, wir müssen aufstehen. Dann sagt man, man macht dem Imam quasi deutlich, du musst aufstehen, das ist noch nicht der Zeitpunkt für den Tashahud und dann steht der Imam auf, er darf sich also an die, die hinter ihm beten, richten. Genauso andersherum, wenn ich ein Mitbeter bin, darf ich mich an den Imam richten. Generell werden wir inshallah auch natürlich ausführlich über das Gemeinschaftsgebet sprechen, welche Urteile es darüber gibt und auch bezüglich den Zweifeln, die dann auftauchen. Aber generell ist es so, wenn man Zweifel im Gemeinschaftsgebet hat, dann darf der Ma'mum sich an den Imam wenden und sich nach ihm richten und genauso andersherum, der Imam darf sich an den Ma'mum wenden. Aber die Ma'mumin unter sich, das heißt die Mitbetenden unter sich, die dürfen sich nicht aneinander wenden, sondern man richtet sich direkt an den Imam oder der Imam an die hinter ihm, aber die, die mitbeten, die richten sich nicht aneinander, sondern man richtet sich dann, wenn schon an den Imam. Über die weiteren Aspekte bezüglich des Zweifelns werden wir inshallah in der kommenden Lektion sprechen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi taybina al-tahirin.